das freut mich wenn du morgen morgen überlegen wir genau wie wir jetzt bauen wir haben ja unsere bauecken zugeteilt bekommen wir sind hier zugeteilt worden in dem quadranten fresh baut hier und hier oben ist die hornet army also ist natürlich sehr knapp weil hier ist alles voller metall und hier ist glaube ich die wand da können die glaube ich gar nicht durch bin ich mal gespannt wie sie bauen werden so dass hier aber das essen dann mache ich hier mal die knochen dann kommen hier die stöcke hallo machst du die kiste wieder zu hallo diese kurzfristigen lecks immer ne so da sind die holzer genau da ist sowas ein krempel dann werden da hat er die bauwerksteile der hier raus da kommt das holz und hier können wir ja mal hier diesen krempel drin lassen hallo dann bleibt das da drin dann würde ich sagen leder und rinde bleiben hier drin knochen haben kriegt man nämlich sehr viel das eisen hole ich hier raus das ei kommt zu essen und es leckt so hier war holz hier war bauwerk ach so die stickys hatten wir glaube ich da hinten dann packe ich die da hinten mal rein und ich hier mal stein und es leckt schon wieder oh warum das denn das ist ja jetzt auch nicht so tragisch leon leck des todes die kiste will ich doch gar nicht mach zu ich will an die genau da war das metall drin oh diese freeze sind manchmal das hat die am anfang glaube ich bei 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 arg auch älter ich hab die aber meistens nur wenn ich das inventar aufmach so oder wenn halt in der nähe jemand wenn jemand in der nähe was baut macht tut zum beispiel gar kein verfallsdatum okay alter das ist aber auch nur phasenweise ne manchmal habe ich das gefühl wenn der server dann backup macht das hat man ja dann auch bei arg auch gehabt dass man dann äh ein freeze hatte wie viel fehlt mir noch bis zu einem drittel wird das jetzt hell oder dunkel ich glaube das wird dunkel ne wo ist denn der am mond das wird dunkel das wird dunkel und es wird wieder hell ja dann sammeln wir nochmal ein bisschen füllen wir mal den stein auf weil davon brauchen wir ja also wenn ich jetzt gleich eine nachricht bekomme dann ist der server down ne der macht mir wirklich mal nix okay wachs gibt es ja nun mal sehr viele hier du das spiel ist ja erst seit einer woche draußen ne und dann mach dir mal keinen kopf das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Wollte ich gerade sagen, zerfüllt der Stein nicht langsam mal. Oh, Kroko. In dem wollte ich mich jetzt... Ich gehe mal auf der anderen Seite. Ein bisschen Stein farmen. Wenn der Spaten da immer noch rumläuft. Weil das muss ich mir jetzt nicht antun. Habe ich noch Fleisch in der Tasche? Ne, aber wir haben Insekten. Mmmh, lecker Insekten. Nice. Immer so ein bisschen aufpassen, wo der langläuft. Wollten wir uns ja jetzt nicht nochmal prügeln. Da kommt er. Könnt ihr ja auch mal die Schmerzsacke nehmen, ne? Wäre ja auch mal eine Idee. Das wäre ja auch mal die Idee. Oh, hier haben wir hier eine Menge Steine. Guck mal. Guck mal, die Tasche richtig voll packen. Können wir morgen gleich schön starten mit dem Bauen. So. Oh, komm mal. Ich würde auch glatt sagen, wenn wir da morgen mit mehreren sind, dass wir gleich die ersten zwei, drei losschicken, mit Erzbesorgen, dass wir dann uns gleich die besseren Sachen machen können. Okay. Okay. So, Tasche ist voll. 300 Steine schon. Das ist super. Haben wir noch ein Erz gefunden? Nö. Das ist leider nicht wie bei Ark, dass wenn du hier die Steine prübelst, dass du Unmengen an Erz rauskriegst. Hier musst du leider wirklich gucken, dass du an die Adern kommst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich muss essen. Ich muss essen. Wo ist denn hier mein... Hier, glaube ich. Oh, ich habe da die Würmer. Ich kann mir doch die Würmer reinpfeifen. Wenn das Inventar denn aufgehen würde. Oh, guck mal. So ein bisschen. Haben wir uns wieder. Hallo. So. Ja, ne, so ein bisschen hört sich das gerade an, als wenn ihr ein Flugzeug rüberfliegen würde. Ja, weil es was fresh gebaut hat. So, aber die Zwirne können wir weiter herstellen. Sollte eigentlich schon fast dann gleich fürs Level abreichen. So, dann nehmen wir den jetzt. Oh, ich kann gleich nicht mehr laufen. Oh, Gott sei Dank. Kein Fall schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Hä? Ach da. Hier. Das ist das, da haben wir Holz, Bohrstein, da. Geh rein da. So, jetzt. Mal gucken. Die Rinde fürs Leder, ganz wichtig. Und... Nee, hier nicht. So, Level Up haben wir. Ach da, Essen. Mal gucken. Schleimsuppe. Wollen wir mal alles raus hier. Geh mal hier in die Essenskiste. Ach nee, wieder nehmen. Holen wir uns mal... Na ja, Säcken. Bring einem ja auch nicht so viel. Holen wir das Ei raus. Und das Fleisch. Die Suppen. Die Suppen. Ah, fast. Und es leckt und leckt und leckt und leckt und leckt. So, Fleisch da rein. Die Samen mit der Suppe kommen hier rein. Schön. Wir haben so viele Fasern, das ist... So, Level 10 haben wir. Dann gehen wir mal kurz rein. Machen wir hier Belastung noch mal ein bisschen. Stärke. Und dann schauen wir uns mal kurz die Rezepte an. Ah, guck mal. Wir können jetzt schon hier nächste Stufe lernen, glaube ich. Ne? Zäune, Fundamente. Da würde ich sagen... Das ist der Zimmermann. Schmied. Ich würde dann sagen, ich lerne jetzt das Wheel of Pain. Dann haben wir das schon mal. Wenn ich es denn lernen darf. Freischalten, bitte. Irgendwie hängt es gerade tierisch, ne? So. Bitte freischalten. Danke. So. Haben wir das Wheel of Pain gelernt? Gucken wir mal. Können wir das schon herstellen? Ah, okay. Ich glaube, dann stellen wir mal drei Stück gleich her, wa? Was ist mit dem? Da brauchen wir Leder. Das können wir noch nicht herstellen. Da brauche ich erst meinen Lederer morgen. Den Gerber. Aber wir haben schon mal drei Seile. Das ist schon mal gut. Können wir schon mal Sklaven mit ranholen. Wo ist hier das Grundstück? Ja, unser Server-Admin hat H1Z1-Skins verkauft. Da hat er auch ordentlich wohl gekriegt für. Ja. Und ich habe, glaube ich, ein The Culling-Skin. Da gibt es, glaube ich, auch. Kann ich, glaube ich, auch ein bisschen was beitragen. So, das letzte Seil. Bam. Gut. Meine Lieben. Packen wir mal... Warte mal. Da ist sowas Kram, glaube ich, drin. Ja. Packe ich hier mein Kram mal. Boah, den brauche ich eigentlich nicht. So. Ich würde sagen, ich mache dann für heute Feierabend. Morgen Abend. Der Stream geht ab halb neun. Zicke los. Da sehen wir uns dann wieder und dann starten wir zusammen als Clan und fangen an zu bauen. Ich danke euch, dass ihr da gewesen seid. Das ist für's zu sein. Heute mit meiner Sprache wieder los. Und, ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht. Und Leon, dir viel Spaß, wenn du es dann unten hast beim Spielen.